Champions League-Karte, da sieht er so aus, als wäre er nach einem Spiel schon und so alles, ne? Ist das der? Oder die gibt es da, der schreit. Ist das der gleiche wie gerade eben? Ja, ist es, glaube ich. Ich glaube, der liebt auch gleich wieder einfach, weil er dich schon wieder gematcht hat oder gar keinen Bock drauf hat. Ist das der gleiche wie eben? Ist gut, ja. Wenn ich das jetzt... Wenn du nochmal gegen ihn spielen darfst. Ich glaube, er liebt aber gleich wieder. Ich hoffe, ich kriege dann ein Tor. Mit Dingen, und dann lief der. Das wäre ehrenhaft. Oder er lief gleich. Er lief gleich. Oder er schreibt. Wenn ich wieder so. Ja, oder gib mir diesmal bitte den Win. Nein, das kommt gar nichts. Er versucht es nochmal. Vielleicht hat er gar nicht gemerkt, dass du schon wieder das Ding bist. Vielleicht hat er das ja gar nicht gesehen, dass du schon wieder bist, den er gerade 4 zu 1 verloren hat. Das ist jetzt das Rückspiel, ne? Aber wir gehen genau in gleiche Tüfe wie eben spielen. Ja, Monty fängt mal wieder ein paar Bälle. Ist wie eben. Monty verteidigt alles und dann auf einmal fliegen sie doch ein. Alles noch beim Alten. Tschüss. Das ist gut. Wir unterstützen den Ball für den Spieler. Ball draußen wird Einwurf geben. Gute Aktion. Vielleicht die Führung jetzt. Die Szene geht weiter nach diesem Block. Toller Zweiger. Stark dazwischen gegangen. Nicht zum ersten Mal, Leute. Gah, Chance für Bruno Fernandes jetzt. Hey, eigentlich? Willst du jetzt so frech sein und schreiben, please give me a second win? Das wäre erlos. Ja, das wäre er. Ja. Im Mittelpunkt einmal mehr. Christiano Ronan. Er ist der beste Torjäger. Ja, das ist uns ausgeschossen. Hat hier eine absolute Ausnahmestellung. Jeder weiß, wie wichtig er ist. Jeder weiß, auch seine Leistung und Tore kommt es immer wieder an. Oder wenn du jetzt ein zweites Mal gewinnt, was zu schreiben? Thank you for two wins. Oder... Ja. Irgendwann ist er sauer. Ja, weil ich weiß halt nicht, aber gemerkt hat, dass er schon wieder gegen ihn spielt. Wenn er sendet you for some free win. Nein, ich würde es darauf anspielen, dass wir zweimal hintereinander gegen ihn gespielt haben, weißt du? Oh, ich bin droht. Ja, jetzt... Jetzt kannst du interessant werden. Dein einer Innenverteidiger ist weg. Na? Er hat auch noch rot bekommen. Nein, ich würde halt darauf anspielen, dass du gerade schon mal gegen ihn gewonnen hast. Einfach nur, um ihn nach uns richtig seit Sensionen zu streiten, dass du jetzt zweimal hintereinander gegen ihn gewinnst. Was ja auf jeden Fall schwierig, ja, weil der bessere Innenverteidiger ist weg. Na? Da ist er zu früh losgelaufen. Bitte weit. Gabriel Jesus. Ball erstmal weg. Gabriel Jesus. Ball erstmal weg. Cristiano Ronaldo. Wenn ich das gewinne, ne? Thanks for the free run. Aber ganz doll. Ja. Oder for the second free run. Boah. Wie gesagt, ich würde, um so richtig Sides in die Runde zu streiten, einfach darauf hin, weil das ist der zweite Winner, den du geholt hast gegen ihn. Und Ronaldo treibt im Ball nach vorne. Jetzt kann das Tor fallen. Das Tor sagt dir erstmal für klare Mann. Nein, äh. Und mit dieser Führung in Rücken, dann können sie jetzt ihr Spiel auf sich. Ich weiß nicht, ob du es schon hast, aber du müsstest Watkins 2-9 oder ein bisschen einmal machen oder so. Na? Kommt jetzt die Flanke? Da kommt der Schuss. Klasse Parade, aber weit eng gefährlich. Den hat er und damit ist die Gefahr erstmal bereinigt. Aber davor die Parade, die war natürlich sensationell. Kai Havertz. Sie haben den Ball. Loris kann da die Gegner verhindergarten. So eine Schwierigkeiten, keine gefährliche Aktion. Gibt ein Wurz. Kai Havertz. Bruno Fernandes am Ball. Gute Szene, aber der geht vom Außenpfosten ins Tor aus. Ich weiß nicht, ob er schon beim ersten Mal 4-1 verloren hat, sich das gegen denselben Typen nochmal antut. Das finde ich schon interessant. Ja? Und jetzt mal. Witzig wäre das, du mal. Wenn du, wenn das Spiel vorbei ist, gleich wieder relativ schnell suchst. Er auch, wenn du ja noch ein drittes Mal gegeneinander spielst, wenn du deswegen alle drei Wins bekommst, die du brauchst. Na? Ja. Wie belastend wäre das denn bitte? Wenn du dir an einem Typen drei Wins farmst, für die du stundenlang vorher gebraucht hast. Aber wenn du die zwei Wins jetzt innerhalb von halben Stunden oder so schaffst, was du, ne, die vier Stunden davor nicht geschafft hast, das ist schon krass, ne? Weil wir die zwei Wins haben, ja, krassere Positionen, ne? Schreibst du vielleicht noch 1-2 Mal, ich hätte gerne einen Win. Einer gibt dir die Möglichkeit, 1-0 zu führen mit, halt, ne, Vorbereitung von Engländer, Bam! Den besseren Mount, genau. Den 94er Mount, ne? Ja. Ihr versteht es nicht, Digga, es sind eine Minute drüber. Sonst, Minute zu Ende? Digga, er sagt so, jetzt ist es zu Ende. Jetzt, Digga, er muss unbedingt dieses Tor noch durchlassen. Ja. Du bist in die Minute drüber? Ja, du bist du mit einer Minute? Und drei Sekunden oder so? Nö, lass ihn durchlaufen. Macht mal noch ein Tor, es ist richtig unnötig, so richtig schlecht, sehr gerne. Ey, das macht mich sauer. Vorbereitung, wofn, und drei Sekunden oder so. Und wo drüber, wasst te da? Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Und Thiago Silva passt hier auf. Jetzt Cristiano Ronaldo. Er zieht vorbei. Und gibt es jetzt die Führung. Ball ist nicht drin. Der Angriff ist erstmal wieder vorbei. Gute Balleroberung. Was machen sie draus? Und der Ball geht nicht rein. Aber was für eine Szene und was für eine Chance. Da sind sie gerade noch zur Stelle. Christiano Ronaldo kann mit dem ersten Spielabstück zufrieden sein. Bist du, oder? Wie hast du ihn gesehen? Also ich glaube mit dem Tor kann er zufrieden sein, aber da geht noch mehr. Bislang nur das Unentschieden. Vielleicht muss er sie, oder kann er sie noch stärker mitreißen. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Ja, würde er gerne. Ich würde halt gerne wieder gegen den selben Typen gewinnen. Er soll nicht gewinnen. Ja, das war mir zwar auch nicht geschafft. Er macht halt wirklich einen Kopfball und dann Loris hält ihn auf. Das sitzt zweimal hintereinander. Da piss dich. Können sie das jetzt ausnutzen? Ah, da geht er vorbei. Nur noch der Torwart Vorsicht. Danke. Aber ich habe mit einer neuen. Ja, ich war nicht das zweite Tor von einem Engländer vorbereitet, weil das ist toll, ob ein Engländer schießt. Es muss nur ein Engländer den Pass davor gemacht haben. Welchen Naturität hat der der schießt, ist egal. Es muss ein Engländer den Pass davor gemacht haben. Und du hast... Gefühlt acht bis neun Engländer im Team gerade. Also, ne, die ganze Mittelfeld besteht aus Engländern. Wenn ich gerade überlege, du hast... Mein Gott, es war ein Tunnel, Digga. Wie dumm. Aber... Ja, hm. Guck mal, hier hinten Shaw ist ein Engländer. Silver, nee. Dias ist raus, weil er rot hat. Und der Rechtsverteidiger ist ein Engländer. Du hast doch auch Ronaldo. Es ist so behindert. Ja, er kommt da auch ganz knapp nicht ran. Ganz zufälligerweise, Digga. Die Einzige sind der beiden, die nicht Engländer sind, sind... Weg damit. Sind eine aktuelle Intimheit. Runeido und... Jahressilber. Der Rest ist als Engländer. Ne? Ja. 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 Das ist ja sensationell. Also, müsstest du dich schon von einem Engländer ist auch gekommen haben. Gerade gelieft. Oder was war los? Ja. Was ist los? Weiß ich nicht. Ich tippe immer durch, dass ich... Ja, es stand da. Was ist deswegen frei, was los ist? Ich bin hier nicht... Ja, anscheinend hat es gelieft. Und scheint hat er keinen Bock mehr. Ja, 4 zu 3. Und für dich. Wir kommen gleich mal rein, aber du müsstest jetzt einen Win mit Tor... X, ne? Dann auf den A, dann Spielerkarte anzeigen, dann Nachricht senden und dann schreibst du Win please. Ey, der hat schon Discord. Der hat die Xbox Beta. Der hat sich die Xbox Beta geholt. Ne? Da? Es gibt jetzt demnächst Discord auf Xbox. Und jetzt Dings. Zeig, senden. Ne? Und jetzt abrechnen und raus. Ne? Der hat sich die Xbox Beta geholt. Das ist nämlich ein Cooter demnächst. Wenn ich Discord auch streamen kann, kann ich besser mit Jim streamen halt. Ne? Was? Wo muss ich hin? KI? What is it? Keine Ahnung, was er schreibt. Mach einfach. Das könnte die Gelegenheit geben. Nicht gut von Jaros Silver. Ich bin einfach keine Ahnung, was er schreibt. Ne? Versuch's einfach, wenn er einen Führer dann gern raus. Wenn er jetzt lief, habe ich den win. Ja. Ja. Warum lässt du Paul sagen? Ja, weil er lieben muss. Ich schreibe jetzt, please leave. Nein, lass ihn doch einfach. Wenn er lief da oder halt nicht. Ne? Kannst du mich jetzt dazu zwingen? Weil es aber so gut wie er durchkommt, es scheint ja neulich gut zu sein. Sorry. Weil es sah nicht so aus, als würde ich gewinnen lassen wollen. Aus meiner Perspektive. Wir sind jetzt also in Führung. 1-0. Die Terriers mit deinem Angriff. Und jetzt haben sie den Ball doch verloren. Ja. Ja. Also diesmal bekommt der andere die Karte. Diesmal passt nicht. Diesmal passt nicht die. Diesmal kommt die als Silver die Gelb. Aber diesmal auch nur Gelb. Ja, muss er aufpassen. Das ist ein Glück, wenn er das Spiel war. Freundschaftsspiel spielen. Auf der Torlinie. Die Abwehr. Nein. Da fährt ihn auf der Torlinie und hat ihn mit seinem Körper weggepasst. Seht. Sie holen sich den Ball besitzt. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Der Ball kommt. Könnte der Ausgleich sein. So. Spannung drin. In dieser Partie. Ausgleich. Ja. Der will nicht. Ne? Kann ich das noch nicht spielen. Kann ich das noch nicht spielen. Ne?